So, einmal hier rüber. Darf ich hier denn runter? Okay, auch nicht. Das haben wir aber gleich. Ich habe nämlich hier auch noch was gesehen. Ähm, komme ich da nicht? Moment, Moment, Moment. Da brauche ich ja den hier. Die Batclaw. Warum geht das nicht? Sehr interessant. So, kann ich denn hier irgendwo... Ich dachte eigentlich, ich könnte hier... Ich muss ja hier irgendwie rüberkommen. Moment, da unten habe ich doch vorhin was gesehen, oder? Lasst mich hier mal rein. Da, seht ihr das? Ja, das ist hier ein Ding, wo ich mich hinhängen kann. Das gleiche, was wir hier haben. Aber ich kann hier nix machen. Ähm... Geht's hier sonst noch irgendwo weiter? Oder geht's vielleicht doch hier weiter? Ich habe doch keine Ahnung. Ja, das kommt bei raus, wenn man... Wenn man irgendwas blind zockt, ne? Hier geht's aber auch nicht durch. Ähm... Moment, da ist doch, da ist doch ne Wand, oder? Mit dem Ding kann ich nämlich auch so ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Ja, da unten, da geht's gar nicht durch. Aber... Aber da komme ich auch so nicht weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das ist schon wieder hier... Irgendwas übersehe ich hier schon wieder. Ankerpunkt. Eine stabile Metallklappe, an der die Fernlenk-Kralle angebracht werden kann. Also doch hier die Bad Claw. Moment. Aber das muss doch das Ding sein. Na komm. Das ist doch die Fernlenk-Kralle, ne? Ich kapier's gerade echt nicht. Ich kapier's gerade echt nicht. Okay. Vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne stellen. Vielleicht geht's dann. Ich probier's jetzt einfach so lang, bis es klappt, ne? Aber vermutlich lieg ich eh schon wieder völlig auf dem Holzweg. Okay. Was auch komisch ist, dass ich das Ding nicht mitnehmen kann, ne? Muss ich jetzt wirklich noch mal zurück? Da komm ich her. Da geht's nicht weiter. Da auch nicht. Es gibt aber nur diesen Weg, ne? Kann ich da vielleicht irgendwo fliegen oder so? Ein kleines Stück. Hm. Hm. Also ihr wisst wahrscheinlich die Lösung schon. Das ist zum Kotze. Wartet mal. Jetzt vielleicht? Also ich stehe zumindest schon mal hier unten. Aber das nützt mir eigentlich auch nix. Oh Mann, ist das nervig hier. Brrrr. Och, spring doch rüber. Oh, ich eh eh. Das ist schon wieder, das ist schon wieder, ne? Ich häng hier und häng hier. Weil hier ist ja sonst nichts, ne? Hier geht's ja auch nicht weiter. Denk, da rüber springen, das haben wir ja schon probiert. Moment. Ich hab da vielleicht doch ne Idee. Ähm. Vielleicht so? Kann das sein? Haha. Hm. Und ich, ich werkel mir hier einen ab, ne? Ja. Na, komm her. Komm her. Ho, ho, ho. Au. Der Knochen war gebrochen. So. Noch wer? Du. Oh, da geht er down. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. So, vielleicht das Ding jetzt. Oh Gott. So, mein Floß. So, und jetzt das Ding hier. Und da ranziehen. Bootsfahren oder Floßfahrt. Keine Ahnung, wie man das nennen möchte. So. Ah ja, okay. Ich darf mich ja wirklich durchziehen durch das Ganze. Äh, ist der Pinguin wirklich hier unten? Äh, würdest du bitte loslassen? Dankeschön. So, und wo geht's jetzt weiter? Ah, ich seh schon. Ah, ich kann endlich raus hier. Warte geht's, komm. Ach, und jetzt bin ich hier. Mhm. Das hätte man sich aber auch viel einfacher machen können, wenn man hier mit dem, mit dem Greifhaken hier, hier rüber hätte können. Denn es ist ja normalerweise so, Batman kann sich überall festhalten. Okay, Tür ist verschlossen. Au. So, Pinguin freigeschaltet. So, einmal hier nach oben. So, haben wir denn die Batclone noch ausgewählt? Okay. Ach so, ich kann ja hier durch. Aua. Könnte der Dampf hier mal aufhören? Oder auch nicht? Soll ich etwa wieder, wieder mit dem, mit dem Ferngesteuert, ne? Aber das letzte Mal hatten wir das Ding noch mit der, mit der Batclone geholt, ne? Komme ich aber so nicht ran. Okay, okay, ich seh schon, ich seh schon. Äh, lasst mich hier mal gucken. Kann ich vielleicht die Klappe zumachen? Oder, Moment mal. Anscheinend nicht. Wir können die Klappe zu mir herziehen. Okay, wir machen hier erstmal auf. Um das andere Ding kümmern wir uns vielleicht noch später. Ach, du Schande. War das jetzt so eine gute Idee? Na, das ist mein unartiger Kerl. Richtig unartig. Und er verdient ein angemessenes Willkommen. Oder, Jungs? Du hast mir gerade ne Menge Ärger, spart Batman. Oh, 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 da kommt der Erste. Ich bring dich um. Dann bring ich dein Herz wieder in Gang. Und bring dich nochmal um. Oh, das ist aber nicht lustig. Das juckt mich nicht, die Bohne. Wohlher, bist du bereit? Ich suche nach Black Mask. Wo ist der? Ich bin nicht zum Reden hier, sondern zum Arschtreten. Arschtreten, ne? Das ist deine letzte Chance. Direkt neu ist es. Aber ich werde scheier sein.